hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem weiteren pvp event diesmal alleine keine teams weil nicht so viele leute mitmachen nur zwei vier sechs acht zehn leute elf leute aber wenigstens machen glp und selbst gespräch und sgt max diesmal mit das finde ich ganz cool die er halt einzeln ein stack essen zwei waffen wie normal und zwei coole musketen höhe meine rüstung ist schon vor dem geschlagen stimmt und das geht los wir schauen einfach mal auf jeden fall weiß ich dass neben mir einer ist ich weiß jetzt nicht ob die team aber ist auch egal schlübi wollen wir team okay wir wollen nicht team schlübi ist ein arschloch alles klar weiß ich bescheid so ich finde meine schmiede leider ziemlich blöd zum zum spiel hier das ist nicht weiter tragisch und wir machen will an diesmal gott von wo warum schlübi ist blöd mag stimmen ich okay erstmal ein bisschen regen ich müsste jetzt auch mal ein bisschen leise sein weil sonst hört er mich halt die ganze zeit und das wäre er suboptimal ich glaube aber ich werde nicht allzu lange im leben kuppa da drüben ist da sehe ich ihn da sehe ich ihn ich sehe dich wohl okay ist immer noch da ich schauen mal so ganz vorsichtig gg sollte vielleicht noch meine musik ausmachen ich hatte meine musik noch an nach selbst gespräch ich komme ich aus der tür raus was jetzt auf meinen eingang halt dass das dämlich hier kommt ich gehe weg tschüss ja ja ich gehe mal weg bei bei bitte nicht angreifen danke so alles klar wir laufen hier mal lang guck mal da oben ist einer der gute holika ist da oben steht wie kommt von hinten so sieht es jedenfalls aus ja ja Ich sterb. Nö. Tschö. Tschö manö. Auf Wiedersehen. Keine Lose. Tschö. Tschö. Oh. Irgendwie fühle ich mich hier nicht so wirklich sicher, wenn ich ehrlich bin. Und GEP tötet einfach alle. Ist okay. Ach, mein Ding ist tot. Okay, mein Ding kann also diesmal nicht gewinnen. Bisher hat er ja jedes Mal gewonnen, wo er dabei war. Oh Gott, mit Mumble ist das richtig merkwürdig. Na ja, kann man so sagen. Ach, hallo, Schliwi. Na? Na, Schliwi? Was wartest du da so blöd? Wir haben Angst. Ich will nicht sterben. Tja, dann lauf mal lieber weg. Dann... Ja, dann lauf mal weg, ne? Ja, dann lauf mal weg. Oh, GLP, geh mal... Ach, GLP ist... Hä, geh bis tot? Wie ist der denn das gestorben? Wie... Tödelü... 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 Ach komm, Schliwi. Lauf mal nicht weg. So viele Leben hast du nicht mehr. Da muss er hin. ich treffe heute nicht warum hat er nicht getroffen doch lauf doch nicht weg ja ja doch mal gegen die taktein das ist immer eine sehr gute idee ach komm so viele leberste nicht mehr bleib stehen schlimm ist das tot schlimm ist was so tötet die doch wieso wird jetzt einer von meinen link getötet ach mein link war gar nicht draußen interessant sehr sehr interessant ich gehe einfach mal in meine schmiede rein weil dafür ich mich so ein bisschen sicherer als wo anders ja ja ich will hier kenne ich mich nämlich aus und andere nicht und das ist glaube ich ganz schön ich muss echt mal meine schmiede anpassen irgendwie irgendwie fand ich das mit teams sogar ein bisschen geiler muss man sagen ja doch da steht da steht da der schlibi gesehen gesehen habe ich ihn gesehen schlibi habe ihn gesehen leider tödlich gerade nix da kam schlibi mal gut probieren wir was anderes alter mein herz ich wisse der gerne wo der schon wieder ist hier bin ich halt auch ein leichtes ziel ist das blöde ich weiß nicht wo ich hin soll keine ahnung was ein komisches pvp event ach da ist ich will wie 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 ich mal allein als wenn ich alleine irgendwas reißen könnte ja ok er hat dich geschossen geil oh schlibi gehe rein ich hab max getroffen und dich hey geh bei max rein der ist fast tot geh zu max geh zu max schlibi du musst zu max gehen ja ja ich gehe ja schon lässt dass wir auf gott sterben oh gott nein lass mich leben komm schon ich nein ok du bist so ein arsch es musste sein es tut mir leid ach gott verstehe ich gar nicht was ist los ja gut der waffe lädt nicht nach oder was dann würde ich sagen was das ist der pvp event er war eigentlich auch fast tot er hatte nur drei leben das ist natürlich doof oh aber ja irgendwie war das nix naja dann wenn du mir trotzdem dann bis zum nächsten mal tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020